Liebe Christina, du hast dich von deinem Freund getrennt und er hat beim Ausziehen den Kompi mitgenommen. Vergiss ihn. Vergiss den Kompi, ich habe etwas Besseres. Das Tablet ist der beste Ersatz der Welt für dich. Du kannst mit ihm den ganzen Tag im Bett liegen und in deinem Selbstmitleid baden. Du kannst dauerige Filme herunterladen, mit Kolleginnen chatten, Frust shoppen, Pizza bestellen, was wir Frauen halt so machen, wenn wir Liebeskommen haben. Und wenn es dir wieder besser geht, kannst du online daten. Dank ehrlicher Beratung und der besten Auswahl finden wir nicht nur für Christina das beste Gerät der Welt, sondern auch für dich. Jetzt mitmachen und Preise im Wert von 20'000 Franken gewinnen.